Sky Dumont, ausgetauscht. Er wird in die Rente geschickt. Nachdem Sky Dumont einer Firma 16 Jahre lang als Werbegesicht diente, wird er nun von einem Jüngeren ersetzt. Ein Gentleman und Genießer, als Markenbotschafter für die alkoholhaltigen Schokopralinen fanden wir Sky Dumont einfach unwiderstehlich. Doch nun wurde der 76-Jährige gegen einen jüngeren Konkurrenten ausgetauscht. Und wir kennen ihn alle. TV-Koch Roland Rettel schickt Sky Dumont in Pralinenrente. Kann sein Rivale besser verführen? Offenbar. Denn nach 16 Jahren löste Moderator und Starkoch Roland Rettel, 52, den viele aus der VOX-Sendung First Dates kennen dürften, den charmanten Schauspieler ab. Zunächst spielten die beiden Männer noch zusammen im Werbespot, nun genießt Sky Dumont den Pralinenruhestand. Und den versüßt ihm sicher seine Freundin Julia Schütze, 47, mit der er 2022 das große Glück fand. Mit der österreichischen Moderatorin kaufte er ein Haus in Österreich, wo sie ihre Zeit miteinander verbringen. Auch mit ihrer 22-jährigen Tochter versteht er sich gut. Eine Hochzeit aber ist für beide kein Thema, Julia legt auch keinen Wert darauf. Und auch er selbst will nach vier gescheiterten Ehen nicht mehr vor den Altar treten. Die beiden sind eben auch ohne Trauschein toll.